Wellness nimmt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung zu. Schwimmbäder wie dieses laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein, wenn neben der Wassertemperatur auch die Luftfeuchtigkeit stimmt. Wichtig dabei, es soll keine Energie vergeudet werden, was der Fall wäre, wenn die feuchte Luft einfach durch Lüften nach draußen geführt würde. Die Arealentfeuchter sorgen für eine energiesparende Luftentfeuchtung in Schwimmbad, Wellness- und Fitnessbereichen. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Wärmepumpe und sind dadurch extrem sparsam im Energieverbrauch. Die für die Entfeuchtung benötigte Energie wird in Form von Wärme an den Raum zurückgegeben. Ob als Standgerät genutzt oder an der Wand befestigt, sie sind extrem flach und platzsparend. Die Geräte werden über einen eingebauten Hygrostaten gesteuert, das heißt, sie schalten sich nur ein, wenn eine eingestellte Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Das anfallende Kondensat wird einfach in einen Abfluss geleitet. Optional kann auf der Rückseite ein Schlauch für eine Frischluftbeimischung angeschlossen werden. Die vordere Verblendung lässt sich zu Reinigungs- und Wartungszwecken leicht entfernen. Areal – höchste Qualität in Technik und Design. Made in Germany. die sich in ein Schlauch für Preis buttont.